Aha! Du kannst deine Hand wegmachen. Zwei Lesben. Du musst doch so beide übernehmen. Du hast so schöne Haare. Deine Augen. Du kriegst voll Angst und Sorge. Komm, mit dir weggehen. Oh, dein Knochen. Der Wut dazu ist noch so geil. Christian, komm. Christian, mach's nochmal. Christian, mach's nochmal. Christian, Mutausbruch. So auf die vollen Lippen. Was macht ihr? Wieder noch. Christian, zurück. Christian, zurück und Mutausbruch. Jetzt mach Wutausbruch. Nein, da die Treppe. Die Treppe. Lauf mal in die Richtung. Du? Es kommt da in die Richtung. Mutausbruch. Das ist ein Knochen. Das ist ein Knochen. Nee, Wolle war. Mach mal Wutausbruch. Ja, zwei Wände. Auf dem Ball spielen. Also, leid es sich zeigen, dass der rechte Aufmerkurs geht. Das ist ein Knochen. Wie geht das Knochen? Mach mal Wutausbruch, Christian. Mach mal Wutausbruch, Christian. Das ist ein Knochen. Du sagst, dass du die neue Schüler haben willst. Wir lassen es. Das ist ein Knochen.